Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Q&A-Video. In diesem Video würde ich gerne wieder eure Fragen beantworten. Und es sind einige Fragen zusammengekommen. Fangen wir mal an mit den Fragen in der YouTube-Community. Und hier ist die erste Frage von Learning by Watching. Nämlich, hi Leon, wie bist du am Anfang deiner Selbstständigkeit mit den Existenzängsten umgegangen? Oder hast du noch heute mit diesen zu kämpfen? PS, du bist eine Inspiration für alle Jungunternehmer. Zu allererst mal vielen Dank für diese lieben Worte. Ich freue mich wirklich sehr, wenn ich euch helfen kann zu den Existenzängsten. Die hatte ich tatsächlich am Anfang nicht, weil ich am Anfang nicht unbedingt kopflos in mein Unternehmen reingegangen bin, beziehungsweise in die Selbstständigkeit, sondern eher halt nur eine einzige Einnahmequelle hatte, mit der ich mich damals relativ gut auskannte. Das war halt Udemy. Das heißt, ich wusste, okay, ich habe keinen Kapitaleinsatz. Ich muss jetzt nicht irgendwie Geld ausgeben für meine Einnahmequelle. Das Einzige, was ich mache, ich unterrichte ein paar Kurse. Da ist jetzt relativ wenig Risiko dabei und dementsprechend hatte ich jetzt keine großen Ängste. Ich war damals natürlich auch noch in der Oberschule. Das heißt, wie gesagt, ich muss damals zugeben, damals habe ich auch noch bei meinen Eltern gewohnt. Und musste natürlich mich auch jetzt irgendwie nicht darum sorgen, jetzt die Miete nicht zahlen zu können oder was auch immer. Dementsprechend hatte ich da wirklich eine sehr, sehr gute Position. Ich denke, für viele andere ist das natürlich nicht so. Meine Existenzängste kamen dann auch erst tatsächlich ein wenig später. Nämlich dann war das, ich glaube, im Jahr 2017 oder so war das, als ich dann auf einmal ein paar Monate hatte, wo meine Firma nicht sonderlich gut lief. Und da fing ich dann auch wirklich erst an, viele unterschiedliche Einnahmequellen aufzubauen, weil ich halt merkte, okay, wenn die eine Einnahmequelle mal schwächelt, dann habe ich ein Problem. Und seitdem bin ich eigentlich nur zu folgendem Konzeptübergang. Und das ist eigentlich grundsätzlich meine Philosophie, was das Unternehmertum angeht. Nämlich a, ich versuche sehr, sehr wenig Geld auszugeben. Das heißt, ich versuche, meine Kosten sehr gering zu halten. Und b, ich versuche halt durchgehend zu pushen. Das heißt, durchgehend neue Einnahmequellen aufzubauen, neue Videos zu posten. Ich verdiene ja hier über YouTube mit AdSense Geld, neue Kurse zu machen und so weiter und so fort. Wenn du halt durchgehend in diesem Prozess drin bist, des Produkte erstellens, des Verkaufens und du halt nie wirklich, sagen wir mal, die Zeit dafür hast, Ängste zu haben, schafft man es auch so ein bisschen, diese Ängste zu besiegen. Und vor allen Dingen, wenn du halt dem Prozess vertraust. Und so mache ich das immer, wenn man dem Prozess vertraut und wirklich durchgehend neue Produkte launcht und man weiß halt schon, weil man diese Einnahmequellen kennt, dass jedes Produkt eigentlich ein bisschen Geld macht. Zum Beispiel YouTube. Wenn ich dieses Video hier publiziere, ich weiß ganz genau, dass dieses Video Geld machen wird. Ich weiß nicht, wie viel Geld, aber ich gehe mal davon aus, dass es zumindestens vielleicht 10, 15 Euro machen wird und normalerweise promote ich ja noch Produkte in meinen Videos und dementsprechend machen die meisten ein bisschen mehr noch. Genau, aber das heißt, wenn ich durchgehend neue Produkte launche, durchgehend neue Videos rausbringe und so weiter und so fort und ich weiß, dass das funktioniert, dann weiß ich halt, dass ich eigentlich nur weitermachen muss. Das heißt, mein Tipp wäre für dich, gerade wenn du Existenzängste hast, was übrigens vollkommen normal ist, ich hatte auch schon ganz, ganz schlimme Zeiten diesbezüglich durchgemacht, also ich kann das wirklich gut verstehen. Wenn du Existenzängste hast, push einfach weiter durch. Zum Beispiel, es gibt Einnahmequellen, die einfach sehr, sehr gut derzeit funktionieren, mit denen du gutes Geld verdienen kannst. Zum Beispiel eine Einnahmequelle, und ich sage es immer wieder, die ich jedem empfehle, ist Udemy. Weil wenn du etwas hast, was du unterrichten kannst und du kannst halt Kurse erstellen, dann ist das wirklich eine sehr, sehr gute, sehr, sehr sichere Einnahmequelle. Und wenn du eine Einnahmequelle erstmal hast, auf die du dich verlassen kannst, sei es nun Udemy, sei es nun YouTube, sei es nun Amazon Kindle oder was auch immer, dann versuch dich wirklich an diese eine Einnahmequelle, ja, an die festzuklammern und da so viel Geld wie möglich zu verdienen und halt dich wirklich darauf zu konzentrieren, weil dann der Rest, denke ich mal, für dich ein bisschen einfacher wird. Aber an sich, ich meine, ich kann dir nur Folgendes sagen, Existenzängste werden kommen, die wirst du irgendwann mal haben, ich hatte sie wie gesagt auch schon, und danach ist man um einiges tougher als vorher. Genau, ich hoffe, das konnte irgendwie helfen. Danke für deine Frage. Dann die nächste Frage kommt von Dodo. Moin Leon, ich würde gerne wissen, wie sich der Preis eines Online-Kurses auf die Zahl der Verkäufer auswirkt. Generell versuche ich schon länger herauszufinden, mit wie vielen Verkäufen man denn im Monat mit unbezahlter Werbung rechnen kann. Ich weiß, das sind etwas grobe Fragen, aber ich hoffe, dass du trotzdem verstehst, was ich meine. Super Frage. Also an sich muss man ein bisschen differenzieren. Zum Beispiel, wenn es um Marktplatz-Plattformen geht, das heißt, wo du den Kurs nicht self-hostest, sondern auf einfach eine Marktplatz-Plattform drauf tust, wie zum Beispiel Udemy, da würde ich dir eher empfehlen, halt sehr hohe Preise zu wählen, weil dann die Plattform einen größeren Discount geben kann. Das heißt, nehmen wir zum Beispiel jetzt mal an, du bietest deinen Kurs an für 199,99 und Udemy verkauft dir dann zum Beispiel deine Kurse für einen relativ geringen Preis, sowas wie zum Beispiel 9,99 oder 14,99. Dann wäre das zum Beispiel bei dem Discount auf 9,99 Euro ein 95-prozentiger Discount und das ist natürlich ein guter psychologischer Effekt für Kunden. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich auf Udemy meine Kurse alle eigentlich für 199,99 anbiete, weil ich habe schon viel mit den Preisen rumgespielt und das ist eigentlich bisher immer der beste Preis gewesen. Natürlich sollte man vielleicht ein bisschen differenzieren, wenn du jetzt einen sehr kurzen Kurs hast, würde ich ihn jetzt nicht unbedingt bei 199,99 anbieten, vielleicht ein bisschen günstiger, aber auch so, denke ich mal, in diesem Bereich. Wenn es jetzt richtig große Masterclasses sind, dann natürlich auf jeden Fall bei 199,99 anbieten. Das ist der maximale Preis übrigens bei Udemy. Wenn es jetzt um deine eigene Plattform geht oder beziehungsweise um Self-Hosting-Produkte geht, da würde ich halt wirklich mich darauf fokussieren, was deine Kunden sagen. Zum Beispiel, ich hatte das am Anfang so gemacht, als ich beispielsweise meine Online-Mitgliedschaft launchte, dass ich in der Facebook-Gruppe, meiner Leon-Shotari-Udemy-Facebook-Gruppe, dass ich da einfach mal nachfragte, wie viel Geld denn Leute bereit wären, überhaupt für diese Kurse auszugeben. Das heißt, ich denke, es wäre ganz gut, wenn du einfach mal die Leute, die dann sich später auch in deine Kurse einschreiben würden, dass du die einfach mal fragst, wie viel Geld sie denn bereit wären, für diese Kurse auszugeben. Das hat mir persönlich sehr geholfen. Sonst würde ich dir eigentlich empfehlen, wenn du jetzt einen Kurs anbietest, der jetzt nicht unbedingt winzig klein ist. Zum Beispiel, wenn der Kurs jetzt irgendwie nur eine halbe Stunde lang ist oder eine Stunde lang ist oder was auch immer und vielleicht noch nicht so viele Informationen drin sind, dann würde ich den wirklich, wirklich günstig anbieten. Wenn du aber gute, große Kurse machst, schöne Masterclasses, die irgendwie vier, fünf Stunden lang sind oder was auch immer. Der Preis, der bei mir immer ganz gut funktioniert hat, auch in Kooperation mit anderen Leuten, war immer irgendwas zwischen zum Beispiel 30 und 99 Euro. Also ich mag meine Kurse immer ganz günstig anbieten. Ich weiß, dass da viele Leute mir widersprechen werden, aber der Preis hat sich für mich bisher immer ganz gut ausbezahlt. Ich kann diesen Preis leider kaum bei meinen Kursen ansetzen, die ich auch auf Udemy verkaufe, weil natürlich man die Kurse auf Udemy bekommt für irgendwie 12,99 oder 14,99 oder was auch immer und dementsprechend biete ich sie auch sehr günstig über meine eigene Plattform an. Aber wenn du jetzt zum Beispiel nicht deine Kurse auf solchen Marktplatzplattformen drauf hast, dann würde ich dir irgendwas zwischen 30 bis 99 Euro empfehlen. Ich finde es meist besser, den Kurs etwas günstiger anzubieten, gerade wenn du halt mit unbezahlter Werbung arbeitest. Wenn du mit Paid Advertising, also bezahlter Werbung arbeitest, dann natürlich musst du den Preis nach oben schrauben, weil du dann natürlich auch einiges an Geld brauchst, um die in Facebook-Werbung zum Beispiel zu investieren, um einen Verkauf zu generieren. Nämlich dann kann der Preis zum Beispiel, sagen wir mal, bei 300 Euro liegen. Du wirst da vielleicht 150 Euro ausgeben, nur alleine für Werbung. Genau, ich hoffe, dass ihr die Frage beantwortet. Vielen Dank für diese Frage. Dann die Frage von Daniel Landgraf. Nämlich, hi Leon, ich möchte gerne mal deine Meinung zu folgendem hören. Wenn man öfters nach dem Thema Online-Geldverdienen googelt, wird man früher oder später Werbeanzeigen für diesen schnell reich werden Typen sehen. Zum Beispiel, verdiene 300 Euro am Tag mit Affiliate-Marketing oder sowas wie, als Student 200 Euro durch Dropshipping verdienen. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Die verkaufen ja teilweise Kurse im Wert von 500 bis 1000 Euro oder sogar noch mehr in den USA. Denkst du, die machen da wirklich Geld mit? Dass es moralisch nicht ganz richtig ist, verzweifelten Leuten sowas anzudrehen, ist mir klar. Gruß Daniel. Ich muss eigentlich zugeben, dass ich diesbezüglich hinsichtlich ein paar Leuten ganz gute Insights habe. Ja, die verdienen wirklich gutes Geld. Also es gibt definitiv Leute, die da richtig ordentlich Umsätze pro Mod machen. Es gibt Leute, ich kenne eine Person tatsächlich, die macht sechsstellig am Tag mit digitalen Infoprodukten. Natürlich darf man hier nicht vergessen, dass da auch noch ganz, 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 ganz viel an Werbekosten runtergeht. Also lohnt sich so etwas für diese Leute definitiv? Sind manche von den Produkten unmoralisch? Ja. Gibt es Produkte, die gut sind? 100 Prozent. Es gibt definitiv einige Produkte, die halt richtig, richtig gut sind. Und wo ich sage, die sind definitiv auch 500 bis 1000 Euro wert. Bloß in den meisten Fällen, gebe ich dir schon recht, sind das einfach Leute, die vielleicht nicht unbedingt Expertenwissen haben. Man sieht es immer gerade an vielen Dropshipping-Experten, dass die halt Kurse unterrichten, die in dem Preisbereich liegen, vielleicht 500 bis 1000 Euro, wo man aber ein bisschen vielleicht das Gefühl hat, dass sie noch grün hinter den Ohren sind. Ich muss auch selbst zugeben, dass ich natürlich jetzt nicht irgendwie 20 Jahre Erfahrung habe. Ich bin noch, wie gesagt, relativ jung. Ich denke, das sieht man mir hoffentlich auch an. Aber ja, um die Frage kurz zu beantworten, definitiv gibt es Leute, die mit sehr, sehr gutes Geld machen. Es gibt auch Kurse, die ihre 500 bis 1000 Euro absolut wert sind. Dagegen möchte ich es gar nicht sagen. Es gibt natürlich aber auch sehr viele Leute, die da einfach auf diesen Zug mit ausspringen. Und natürlich, und das glaube ich, muss ich auch nicht erwähnen, gibt es auch viele Leute, die halt solche Kurse launchen und dann damit kein Geld verdienen. Aber die Leute, die du halt durchgehend siehst und die durchgehend halt auf, sagen wir mal, YouTube-Werbung machen oder auf Google sehr präsent sind, und die werden damit auch höchstwahrscheinlich sehr, sehr, sehr gutes Geld machen. Also ja, als Business-Modell lohnt sich das absolut. Super Frage. Dann die nächste Frage kommt von Goodlife, nämlich, Hallo Leon, eine Frage für alle, die für ihr Online-Business Reichweite benötigen. Baust du per Auftrag auch Reichweite für andere auf? Wenn ja, wie? Würde mich freuen, wenn du auf diese Frage zurückkommst. Ich tue das bisher nicht und ich muss auch recht zugeben, dass ich nicht unbedingt das vorhabe, für andere Leute Reichweite aufzubauen, weil ich einfach nur Folgendes sagen kann, also ich bin ja derzeit bei zwei Marketingagenturen tatsächlich in einer beratenden Tätigkeit, sage ich jetzt mal, das heißt, ich helfe ein bisschen dabei, dass die ihre Aufträge richtig annehmen, dass die das Ganze ordentlich hinbekommen, aber Reichweite baue ich für andere Leute nicht auf. Ich denke, das meiste Wissen diesbezüglich teile ich auch in meinen Kursen beziehungsweise teile das hier auf YouTube, dafür müsst ihr mir kein Geld in Rachen werfen. So oder so, ich meine, für andere Leute Reichweite aufbauen, gerade heutzutage bin ich ein sehr, sehr großer, oder gerade in der derzeitigen Situation bin ich ein sehr großer Freund davon, sehr auf Content Marketing zu setzen, weil ich glaube ganz ehrlich, dass in der Zukunft nur noch, dass viele Leute nicht mehr unbedingt so viele Dinge konsumieren werden, hinter einer Paywall, nämlich wo sie halt viel Geld bezahlen werden, weil halt einfach der Content, der for free irgendwann mal online sein wird, so unfassbar gut sein wird, dass es für viele Leute sehr fragwürdig sein wird, tatsächlich Produkte hinter einer Paywall zu kaufen. Sicherlich, das soll jetzt nicht heißen, dass ich da keine Zukunft für dieses Businessmodell sehe, ganz und gar nicht. Leute werden auch viel, viel mehr noch auf solche Plattformen gehen, werden viel Geld für irgendwelche Paywalls ausgeben, was ich natürlich auch für gut heiße, weil oft diese Produkte noch ein bisschen höherwertig sind, bloß im Long Term kann ich dir sagen, dass der beste Weg Reichweite aufzubauen durch Content ist. Zum Beispiel, wenn du zurückblickst, sagen wir mal 5 oder 10 Jahre zurück auf YouTube und du schaust dir an, was das damals für Content war, ich weiß noch ganz genau, wie ich damals in der Grundschule saß und wir hatten das erste Mal, waren auf YouTube gegangen, damals meine Klassenkameraden zeigten mir YouTube, damals noch mit schönen alten Design, mit dem kleinen, wer sich noch erinnert an dieses komische, komische braune Logo von YouTube und ich dachte mir, mein Gott, da ist ja schon so viel Content drauf, das ist ja irre, da ist ja 100.000, Millionen von Videos und wenn ich jetzt diese 10 Jahre zurückblicke und ich schaue mir YouTube an, denke ich mir, das war ja eine winzige Plattform, das war ja nichts im Vergleich zu dem, was es heute ist und ich denke, in 10 Jahren, wenn wir genauso zurückblicken, werden wir sagen, was, diese Videos waren damals so populär, so viele Klicks haben die damals bekommen oder so wenig Klicks haben die damals bekommen, heute, dann also praktisch in 10 Jahren, sind die auf einmal viel größer und du kannst, indem du halt diese vielen Jahre auf YouTube Videos hochgeladen hast, eine riesige Brand hier aufbauen, also ich denke, Reichweite, gerade wenn es um organische Reichweite geht, basiert vor allen Dingen halt auf gutem Content oder überhaupt erstmal, dass du Content rausbringst, das heißt, das A und O, deswegen gesagt, dass du Content rausbringst und gerade wenn es jetzt um Online-Business-Reichweite in Form von Paid-Advertising geht, da teile ich eigentlich alles in meinen Kursen, das heißt, wenn ihr euch natürlich mit mir ein Coaching-Buch möchtet, Link befindet sich immer in der Videobeschreibung, aber genau, derzeit biete ich diese Dienstleistung nicht an und ich habe es auch tatsächlich nicht vor anzubieten, vielleicht irgendwann mal in der Zukunft, ja, aber derzeit noch nicht, danke aber dir für diese tolle Frage. Dann die nächste Frage kommt von Stullenwerfer, nämlich, kann man dich für ein persönliches Coaching buchen? Ich bin dabei, mir ein persönliches, bin mir dabei, ein Online-Business aufzubauen, mir fehlt aber noch eine sichere Einnahmequelle mit konstantem Einkommen, hierzu bräuchte ich deinen Rat. Sehr gerne, ein Link zu meinem Coaching-Programm befindet sich in der Videobeschreibung drin, da können wir uns, wie gesagt, gerne mal eine Stunde und auch gerne mehr buchen und wenn du diesbezüglich Hilfe brauchst, dann hoffe ich oder denke ich, dass ich dir wirklich diesbezüglich helfen kann. Würde mich wirklich freuen, dich mal kennenzulernen, deswegen schau gerne mal in die Videobeschreibung rein, dort befindet sich ein Link zum Coaching-Programm. Dann die nächste Frage kommt von Macroworld, nämlich, Hey Leon, stimmt es, dass man seine YouTube-Einnahmen gar nicht teilen darf? Habe ich öfters gelesen, aber finde nichts dazu. Ich habe das tatsächlich auch mal gehört und irgendwo auch mal gelesen, es machen natürlich eigentlich alle, ich glaube auch nicht, dass das tatsächlich nicht erlaubt ist. Also ich kann mir voll bis vorstellen, dass vielleicht am Anfang, vor noch vielen, vielen Jahren, YouTube mal irgendwann gesagt hat, wir mögen das vielleicht nicht so gerne, aber gerade jetzt, weil es halt einfach Videos sind, die irre viel Traffic anziehen, sollte das vollkommen in Ordnung sein. Ich meine, du weißt es selbst, es gibt irre viele Leute auf YouTube, die ihre Einnahmen teilen, da mache ich mir jetzt keine großen Sorgen und ich denke auch nicht, dass YouTube irgendwas dagegen hat. Dementsprechend, ja, denke ich mal, kannst du das auch machen. Wenn du dir unsicher bist, kannst du natürlich gerne mal bei YouTube nachfragen, aber mich würde es sehr wundern, wenn das irgendwie nicht erlaubt wäre. Aber super Frage, ich habe das tatsächlich auch mal gehört. Dann, danach kommt die, oder nächste Frage ist von Samad Yamil, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Sehr geehrter Herr Schottari, ich wollte schon seit einiger Zeit Geld mit Udemy verdienen. Was muss man beachten? Welche Rechtsprobleme in Deutschland gibt es? Also, Rechtsprobleme an sich, ja, das ist immer ein sehr, sehr weites Feld. Ich bin natürlich kein Jurist, aber ich kann dir schon mal Folgendes sagen. Also, das Erste, was du natürlich tun solltest, ist keine Inhalte zu klauen. Das heißt jetzt nicht irgendwie zum Beispiel, vielleicht irgendwelche Bilder von Google zu nehmen und die einfach auf deine Slides zu packen, wo du halt deinen Kurs mit aufnimmst. Das sollte man natürlich vermeiden. Du sollst natürlich auch keine kompletten Videos zum Beispiel irgendwo von YouTube runterziehen und die einfach in deinen Kurs reintun. Das, wie gesagt, solltest du nicht machen. An sich, muss ich dir aber zugeben, gibt es jetzt nicht so viele rechtliche Dinge, auf die man unbedingt achten sollte oder auf die man achten muss. Das Einzige, was ich dir vielleicht noch empfehlen würde, ist dich einfach mal mit dem Thema, mit dem Thema Quellensteuern zu beschäftigen, nämlich du musst halt bei Udemy ein kleines Steuerformular ausfüllen. Das wird höchstwahrscheinlich, wenn du halt ein Einzelunternehmen oder einen Freiberuflerstatus hast, wird das das W8-Formular bei dir sein, solange du kein amerikanischer Staatsbürger bist und da sollte man sich mal vielleicht ein bisschen mit beschäftigen oder wie gesagt mal einen Steuerberater fragen, wie man das macht oder frag halt mich, wenn du Fragen hast. Ich habe das Ding jetzt schon ganz, ganz oft ausgefüllt. Aber genau, das auf jeden Fall sollte man sich vielleicht nochmal anschauen und natürlich sonst rechtlich Rechtsprobleme gibt es bei Udemy eigentlich nicht. Das ist keine toxische Atmosphäre, wie es auf vielen anderen Plattformen tatsächlich so ist. Ich würde dir vielleicht noch empfehlen, einfach dich damit zu beschäftigen, wie man diese Einnahmen versteuert. Das ist jetzt nicht sonderlich kompliziert. Das Einzige, auf das du halt achten musst, ist folgendes, nämlich in den AGBs, dem Dozentenvertrag mit Udemy, steht halt drin, dass halt die für dich jegliche Umsatzsteuern und Transaktionssteuern und so weiter sofort abführen. Das wie gesagt, am besten noch mit deinem Steuerberater besprechen, aber so ist das, wie ich das Ganze dort herauslese. Und genau, du kriegst dann praktisch einen Nettoerlös und den musst du natürlich nochmal in Deutschland versteuern. Also auf jeden Fall, wenn du tatsächlich auf solchen Plattformen unterrichtest, Freiberuflerstatus anmelden oder halt zum Beispiel ein Einzelunternehmen anmelden oder was auch immer, aber wenn du halt nur auf Udemy unterrichtest, sollte dies eigentlich als freiberufliche Einnahme gesehen werden. Genau, sonst gibt es da wirklich keine Probleme, ist eine wirklich schöne Einnahmequelle, musst dir da keinen großen Kopf machen. Super Frage. Dann die nächste Frage kommt von Justin. Meine Frage, wie geht es dir? Ich werde die Frage beantworten. Danke für die Frage. Mir geht es derzeit erstaunlich gut. Ich treffe mich heute mit einem guten Freund von mir. Ich habe zwar die letzten Tage nicht sonnlich viel geschlafen, weil ich halt an sehr vielen Buchprojekten derzeit arbeite und halt natürlich über jedes Buch selbst drüber gucke, die Rechtschreibung checke und so weiter und so fort. Dementsprechend ist das ja meist sehr, sehr, sehr viel Arbeit und ich bin ein wenig müde, aber ich freue mich heute, weil ich werde heute einen Teil des Tages zumindestens mir freinehmen und genau, diese Video werdet ihr heute wahrscheinlich abends sehen, weil ich gleich in ein paar Minuten, wie gesagt, mal mit einem Freund mich treffen werde und sonst fühle ich mich auch sehr gut und ich hoffe, das beantwortet die Frage. Also mir geht es super, ich hoffe, dir geht es auch super. Dann die nächste Frage kommt von Jonas Ballmann, nämlich Han Leon. Wie gestaltet sich das mit der Rückgabe bei POD-Produkten und welche Versicherung braucht man für POD? Grüße Jonas. Super Frage. Also bei den POD-Produkten kommt natürlich immer darauf an, was du genau unter POD meinst oder was du darunter verstehst, ob das jetzt zum Beispiel Amazon Kindle ist, ob das jetzt zum Beispiel ein Merch-Business ist. Für beide Fälle kann ich dir sagen, dass eigentlich bei den meisten Plattformen, sag ich jetzt mal, werden die für dich die Rückgaben entgegennehmen. Das heißt, diese Plattformen werden sich darum kümmern, dass wenn es Rückgaben gibt, dass du praktisch da keine Probleme hast beziehungsweise, dass du jetzt nicht irgendwie selbst die Produkte sogar annehmen musst oder was auch immer. Das übernehmen halt praktisch die Plattform für dich. Und dann, welche Versicherung braucht man für POD? Also Versicherung, natürlich kannst du immer dir eine Betriebshaftpflichtversicherung holen. Wenn du jetzt solche Dinge meinst, wie zum Beispiel irgendwie Abmahnung oder was auch immer, dann natürlich keinen Sinn machen, sich einen Rechtsschutz zu holen. Die kriegt man beide meist relativ günstig. Also zum Beispiel ein Rechtsschutz für den digitalen Bereich würde dich irgendwas, denke ich mal, zwischen 20 und 80 Euro pro Monat kosten. Und dann, wenn es um Betriebshaftpflichtversicherung geht, da bist du, denke ich mal, auch ungefähr in diesem Rahmen dabei pro Monat. Ist also alles überschaubar, ist jetzt nicht zu teuer, denke ich mal, für das, was man schlussendlich bekommt. Kann man machen, muss man nicht unbedingt machen, kommt immer gut drauf, kommt immer halt drauf an, ob du sehr aggressiv agieren möchtest oder nicht. Also wenn du zum Beispiel einfach Schutz suchst, dann wie gesagt einen Rechtsschutz oder eine Betriebshaftpflichtversicherung und sonst halt, wenn man gute Anwälte hat, kann man vieles machen. Aber genau, Rechtsschutz und Betriebshaftpflichtversicherung, das denke ich mal, macht schon Sinn im PUD-Bereich. Dann die nächste Frage kommt von Stefan, nämlich, warum hast du Network Marketing nicht als eine zusätzliche Einkommensquelle? Du hast Reichweite und weißt, wie man eine Werbung schaltet. Das wäre doch leicht verdientes Geld. Liebe Grüße. Sehr gute Frage. Ich muss dir ehrlich zugeben und ich weiß, ich mache immer so viele Videos zu unterschiedlichsten Einnahmequellen. Ich habe null Ahnung von Network Marketing. Ich habe wirklich absolut keinen blassen Schimmer von Network Marketing und das ist wirklich so, wenn man sich mein Universum anguckt, dann ist das eigentlich relativ voll mit Sternen und Galaxien und es gibt da einen so wirklich schwarzen Bereich und der ist halt Network Marketing. Natürlich hat es oft einen leicht unschönen Beigeschmack. Ich weiß, da werden mir jetzt ganz, ganz viele Leute widersprechen, aber ich glaube, für die Allgemeinheit ist Network Marketing oft ein wenig negativ besetzt. Ich kann bestätigen, dass natürlich nicht, oder ich kann, nicht jede Firma oder die meisten Firmen werden wahrscheinlich nicht uwizwielichtig sein oder was auch immer. Ist natürlich aber immer so eine Frage, für was ich bekannt sein möchte. Und ich finde, mein Image ist bisher relativ clean, was ich schön finde. zum Beispiel halt Online-Kurse, Kindle-Bereich, Coachings, Kurse und so weiter, also praktisch zum Beispiel eine Online-Kursakademie und so weiter und so fort. Das Image ist sehr clean und ich möchte das eigentlich auch so behalten. Und wenn ich dann zum Beispiel irgendwie Leuten sage, dass ich halt im Network Marketing bin, ich weiß, entschuldige, dass ihr das jetzt wirklich sehr, sehr doof anhört, gerade für eine Person, die sich nicht mit Network Marketing auskennt, aber das ist zumindest das, wie es auf mich ein wenig wirkt. Ich lasse mich gerne diesbezüglich informieren, ich bin immer offen für Neues, aber ich habe nicht vor, im Bereich Network Marketing zu gehen. An sich aber danke für diese Frage. Ja, ich hoffe, das hat irgendwie als Antwort geholfen. Dann die nächste Frage kommt von der Person, wo ich den Namen wieder nicht aussprechen werde, aber wir wissen, dass wir denselben Film mögen, nämlich Hi Leon, wie viele Wörter pro Stunde hältst du beim Verfassen von hochwertigen Büchern für machbar? Meine Bücher sind aktuell lediglich auf Amazon gelistet, viele Bücher der Konkurrenz sind darüber hinaus in vielen weiteren Buchhandlungen gelistet, die unter Inventory Levels Helium 10 auf der Amazon-Seite des jeweiligen Buches angezeigt werden. Wie ist das möglich beziehungsweise wie kann ich meine Bücher auch dort verkaufen? Ich meine, ich glaube, was du meinst, ist diese, wie nennt sich denn das nicht, Extended Distribution, ich glaube, ich heiße sogar Extended Distribution, das ist halt einfach nur ein Klick bei den Büchern. Also das kannst du auf jeden Fall machen, diese Extended Distribution, das ist da unter den, ich glaube, unter den Preisen müsste es sein. Wenn du deinen Preis festlegst und du halt festlegst, ob das Buch in KDP Select eingetragen werden soll oder nicht, dann müsstest du auch diese Extended Distribution anklicken können und ich glaube, das ist das, was du meinst. Dann, wie viele Wörter pro Stunde erhältst du beim Verfassen von hochwertigen Büchern für machbar? Also ich denke, in den meisten Fällen irgendwas zwischen, also pro Stunde. Ich schreibe normalerweise 400 Wörter in 10 Minuten, das heißt, ich schaffe pro Stunde irgendwie 2000, sagen wir mal 2400 Wörter oder sowas. Ich würde dir empfehlen, aber nicht mehr als vielleicht, als wenn du wirklich ein hochwertiges Buch schreiben möchtest, vielleicht 200 Wörter, die Stunde, ist jetzt aber wirklich nur so Pi mal Daumen. Bei mir ist es halt so, ich versuche die Bücher relativ schnell zu schreiben, wenn ich sie für mich selbst schreibe. In deinem Fall, wenn du halt wirklich auf jedes Wort achten möchtest, vielleicht 200 bis 300 die Stunde, denke ich mal, wäre wirklich, wirklich gut. Genau, ich hoffe, das hat geholfen, danke für diese Frage. Dann nochmal eine Frage von Stullenwerfer, nämlich, wenn ich einen Online-Kurs über meine eigene Homepage vertreiben will, keine Plattform, wie ist das dann mit der Widerrufsbelehrung beziehungsweise 14 Tage Rückgaberecht und rechtssicheren AGBs. Also zum Beispiel, bei mir ist es so, ich habe meine Datenschutzerklärung und so weiter tatsächlich von einem Anwalt individuell schreiben lassen. Ich habe da damals noch in Zeiten von Post-DSGVO-Panik habe ich, wie gesagt, einen Anwalt mir geholt, der das Ganze für sehr, sehr viel Geld umgesetzt hat. Und der, wie gesagt, hat für mich dann AGBs und Datenschutzerklärungen damals geschrieben und die AGBs, da muss ich halt die von Teachable in meinem Fall nehmen, weil Teachable für mich die Plattform praktisch erstellt. Die Widerrufsbelehrung ist eigentlich relativ simpel, soweit ich das sehe, weil ich mich in meinem Fall an Teachable halten muss, gibt es praktisch eine 30-Tage-Widerrufsbelehrung. Natürlich gilt das nicht jetzt für irgendwelche Dienstleistungen, die man zum Beispiel verkauft, weil wenn die erstmal angetreten werden, dann, wie gesagt, dann gibt es da keine wirkliche Widerrufsbelehrung, soweit ich das, oder gibt es keinen Widerruf davon, beziehungsweise kein Rückgaberecht, du verstehst, was ich meine, bei der Widerrufsbelehrung. Da würde ich einfach folgendes tun, soweit ich weiß, hat man grundsätzlich in Deutschland ein 14-Tage-Rückgaberecht. Diese Widerrufsbelehrung kannst du dir halt von einem Anwalt erstellen lassen, kostet dich aber ein bisschen Geld und wenn nicht, dann kann man natürlich auch solche, ja, wie nennt man die Dinger denn, diese Online-Erstelltools, sag ich jetzt mal, verwenden, obwohl die natürlich jetzt nicht unbedingt Rechtssicherheit bieten. Ich kann dir folgendes sagen, solange du etwas hast, ist das schon mal eine gute Sache. Natürlich sollte das auch alles richtig sein, was da steht. Ob das jetzt alle Personen richtig machen, da würde ich mal ganz klar sagen, nein, die meisten Leute nehmen einfach nur irgendwelche Tools von E-Recht24 oder was auch immer, machen da ihre Widerrufsbelehrung hin und dass das mal jemand überprüft, denke ich mal, ist höchst unwahrscheinlich. Wenn du es ganz sicher machen möchtest, so wie ich, dann wie gesagt einen Anwalt einschalten, der sich mit solchen Themen auskennt, da zahlst du aber halt richtig Geld. Genau. Gute Frage, danke dafür. Dann die nächste Frage kommt von Create-A-Frame, nämlich, hey Leon, sollte man mit Udemy starten oder eine eigene Webseite mit Shop für Videokurse erstellen. Also wenn du keine Reichweite hast am Anfang, würde ich dir auf jeden Fall Udemy empfehlen, einfach dort einige Kurse hochladen, dann baust du dir ein bisschen Reichweite auf, kannst auch zum Beispiel die Reichweite nutzen, um halt ein bisschen die eigene Brand zu promoten. Du darfst natürlich nicht deine Brand promoten in deinen Kursen, du darfst aber zum Beispiel Folgendes tun, du kannst zum Beispiel YouTube-Videos über dir die sogenannten Kursmitteilungen an deine Schüler rausschicken, solange das kostenlose, lehrende Inhalte sind und in diesen Videos kannst du dann zum Beispiel halt darüber, sag ich jetzt mal eine Brand bauen, also einen YouTube-Kanal aufbauen und dann über deinen YouTube-Kanal deine eigene Plattform promoten, so habe ich das auch gemacht und es funktioniert, denke ich mal, relativ gut. Dann die super Frage, dann die nächste Frage kommt von Wolf Zunge, nämlich kann man Angebote von anderen Fiverr-Nutzern selber kaufen, selber verkaufen, also auch auf Fiverr, nur für teurer. Ich habe das mal in AGBs nachgeschaut, also ich habe dazu nichts gefunden, ich bin natürlich kein Jurist, ich denke aber mal, dass das gehen könnte. Es ist natürlich nicht die feine englische Art, aber es sollte gehen. Ob ich das jetzt empfehle, ist eine andere Sache, aber soweit ich das sehe, sollte das gehen. Also wenn du ganz sicher sein möchtest, schreib mir nochmal Fiverr an, aber ja, ich habe persönlich jetzt nichts in AGBs drin gefunden, aber super Frage. Dann die nächste Frage kommt von Yannick Haileon, wie schaut es bei der Beschreibung und der Rückseite des Buches bei No- bzw. Low-Content-Bücher aus, kann man da gleiche verwenden oder sollte man immer verschiedene wählen? Ich mache es immer so, dass ich immer verschiedene wähle, es gibt aber auch sehr viele Leute, die halt immer das Gleiche wählen, das musst du entscheiden. Du kannst ja auch zum Beispiel einfach nur ein paar Begriffe austauschen und musst nicht immer jetzt immer dasselbe, sag ich jetzt mal, verwenden. Du kannst ja ganz kleine Sachen verändern. Ich denke, das sollte die Arbeit vielleicht ein bisschen einfacher machen. Super Frage. Dann gehen wir nochmal in die Facebook-Community rein und schauen wir uns das Ganze hier an, nämlich hier sind noch zwei Fragen gekommen, nämlich von Matt. Was geht ab, Leon? Nicht sonderlich viel derzeit, es gibt viel zu tun. Und dann kommt eine Frage von Nico Schwekendiek, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, nämlich, hey Leon, wie finde ich am besten Kursideen? Gibt es bei Udemy einen Insightsuch oder ähnliches? Ja, das gibt es tatsächlich. Es gibt bei Udemy das sogenannte Marktplatz-Einblicke-Tool und das kann ich dir wirklich sehr empfehlen, das ist extrem gut und du kannst damit sehr, sehr gut in die Daten bei Udemy reinschauen, einfach einen Dozenten-Account erstellen, dann links auf Tools klicken und dann auf Marktplatz-Einblicke und dann kannst du dort dein Research machen. Das benutze ich übrigens auch, wenn ich neue Themen nachschaue. Gut, das war es nun hier für das heutige Video. Wenn ihr euch mit mir ein persönliches Coaching buchen möchtet, schaut gerne mal in die Videobeschreibung rein. Danke für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass wir uns bald in einem meiner anderen Videos wiedersehen können.